Ich bin der Spitzenkandidat der FPÖ für die Bürger und Gemeinde der 2 2017 für die Gemeinde Edeltendorf-Zahling. Ich bin leider alleine auf der Liste. Es ist keiner bereit gewesen aufzugehen, weil es berufliche Schwierigkeiten geben könnte, aber ich habe ein sehr gutes und fleißiges Team hinter mir im Bezirk Jönersdorf. Für mich sind sichere und gute Straßen im Vordergrund, Tipp und Wink eine Kleinigkeit für die Bürger und unbürokratische Hilfe, egal in welcher Notlage sie hineingeschlittert sind. Mit mir als Bürgermeister oder Gemeinderat wird es eine positive Veränderung im Ort geben und interessante Dinge und Neuigkeiten verarbeiten und bearbeiten. Ich möchte den Abwanderungsstopp entgegenwirken und möchte mich dafür einsetzen für Kinder- und Jugendspielplätze, die in der Großgemeinde fehlen.